Und hier sehen Sie eine neue Variante des Sachtler ACE Kopfes, nämlich die Studieversion, mittels Flachbodenadapter auf einem Manfrotto Stativ montiert. Zwei Schwenkarme, ein Schwenkarm für Zoom, der zweite für Schärfe, was bei der XHA1 von Canon möglich ist. Wie üblich bleibt der Kopf an jeder Stelle stehen, ohne Nachziehen, ohne Ruckeln, typisch Sachtler natürlich. Das optimale Equipment für jedes kleine Studio.